Und deswegen ein Gelehrter, ein Scheich, zeitgenössischer Gelehrter sagte, sobald jemand mit Problemen kommt zu mir und sagt, ja Scheich, ich habe Probleme, die erste Frage, die ich ihm stelle, wie ist dein Umgang mit deinen Eltern? Erste Frage, du hast Probleme, also hast du ein Problem irgendwo mit deinen Eltern. Das ist sofort die Quittung, die dauert nicht erst, sofort. Wallahi uqsim billahi al-alih al-adhim, ich schwöre bei Allah, ich selbst habe auch diese Fälle gesehen. Jemand, der schlecht war zu seinen Eltern, der kriegt nichts gebacken im Leben. Der versucht so viel, er kriegt nichts gebacken. Warum? Quittung. Möge Allah uns bewahren.